Hallo zusammen, ich begrüße euch zur Rückengesundheit Teil 4, heute in Bauchlage. Wenn es euch ein bisschen problembereit wird auf den Bauch zu legen, könnt ihr gerne eine Decke zusammengefaltet unter eurem Bauch legen, so auf Hüffknochenbereich. Ja, heute ist der Beckenboden natürlich auch wieder mit dabei, er wird schön vitalisiert, ausatmen, einatmen, in Verbindung mit dem Bauchmuskel, ja. Da kommt eine Anspannung und eine Entspannung zustande und das Zwerchwerk zieht nochmal mit der Ausatmung den Beckenboden schön vitalisierend hoch. Also hier ist viel Wechselspiel dabei und Aroundrücken, Beckenboden, Bauch und ein bisschen was für die Hüfte kommt auch dazu. Viel Spaß dabei! So, ihr kommt in die Bauchlage, wir nehmen Kontakt auf mit der Matte, fühlt euer Schambein, wie es aufliegt. Mit einer Ausatmung und einem Ch, also bildet ein CH-Laut, könnt ihr die Ausatmung nochmal verstärken und den Druck in die Matte verstärken. Euer Beckenboden aktiviert sich hier auch im Zusammenspiel mit dem Zwerchfell bei der Ausatmung. Wechselt mal zwischen Aus- und Einatmung. Und Einatmen immer lösen. Und jetzt hebt euren Oberkörper leicht ab, stützt euch auf die Unterarme. Schambein bleibt aber zur Matte. Und jetzt bauen wir die Körperspannung auf und halten sie. Das heißt, ausatmen, Beckenboden aktivieren, Bauchnabel nach innen, kommt hier hoch mit dem Becken und richtig schön auch die Beine anspannen und wieder zurück. Wir machen das jetzt nochmal. Wirklich richtig schöne Spannung aufbauen, ausatmen, die Beckenboden schichten aktiviert, Sitzbarnöcker zusammen, Bauchnabel nach innen, halten, Grundspannung und mit der nächsten Einatmung wieder zum Boden kommen. Blick geht nach vorne. Und noch ein letztes Mal, wenn auch euer Fußspann drückt, richtig schön in die Matte, die Hände auch halten und mit der Einatmung kommt ihr dann wieder zum Boden. So, wir möchten nachfolgend unseren Beckenboden noch weiter vitalisieren mit dem Wechselspiel aus- und einatmen. Und deswegen begleitet ruhig das Ausatmen mit einem Hinn, dann spürt ihr auch, wie sich der Damm nach innen zieht. Und mit der Ausatmung baut ihr die Beckenbodenspannung auf, drückt mit dem Scharbein in die Matte und mit der Einatmung dann das linke Bein herausziehen, anheben, schöner gestreckter Fuß, die Körperspannung hier halten und dann einatmen wieder ablegen. Das gleiche auf der anderen Seite. Erstmal ausatmen, die Beckenbodenanspannung aufbauen, Bauch nach innen und einatmen, dann das rechte Bein in die Länge ziehen und anheben. Wenn das andere Bein nochmal verstärkt in die Matte drückt, kommt das angehobene Bein noch ein Stückchen höher. Jetzt nochmal zur anderen Seite, linke Bein zieht nach hinten lang heraus und wird angehoben. Rechte Bein nochmal verstärkt in die Matte drücken, ausatmen und ein bisschen kommt das Bein noch höher. Einatmen, ablegen und zur anderen Seite nochmal schön das Bein lang ziehen, anheben. Es geht jetzt auch gar nicht so um die Höhe, sondern eher mehr darum, dass ihr in die Länge zieht und euer Beckenboden vital ist. Beckenboden und Bauch arbeiten zusammen, auch zum Schutz eures Rückens. Im Ländelbereich braucht ihr die Beckenbodenspannung und Bauchspannung. Jetzt drückt mal eure Füße schön, die Zehen stark in die Matte. Mit Beckenbodenanspannung heben sich die Knie ab und wieder lösen. Ja, ihr habt jetzt auch eure Rückenmuskulatur gespürt. Jetzt hier mal die Beine kreuzen, hinten dabei die Bauchspannung halten. Zurück tippen mit den Zehen. Und nochmal kreuzen zur anderen Seite. Bisschen locken. Gut, nochmal ablegen. Oh, mit dem Popo wackeln. Bisschen, auch schön für den unteren Rücken. Ja, also ihr habt ja auch schöne Rückenübungen. Und immer mal wieder entspannen, lockern. Stirn abgelegt auf den Handflächen. Jetzt hebt ihr gleich euren Oberkörper leicht an. Die Hände nach oben und die Ellbogen. Ihr habt jetzt eine U-Haltung. Und die Ellbogen ziehen nochmal verstärkt nach hinten. Einatmend hier nochmal am Brustkorb weiter öffnen. Körperspannung halten und einatmend lösen, ablegen. Das nächste Mal hebt ihr auch den Oberkörper wieder an. Schambein drückt in die Matte und die Hände jetzt nach hinten zeigen lassen. Die Finger zeigen zu den Fersen. Körperspannung. Und die Beine lösen sich vom Boden. Haltet die Beine schön so, dass sie nicht auseinander spreizen. Spannung in den Beinen. Sie wollen zusammenkommen. Halten, halten, langer, schöner Hals, Nacken. Nicht den Kopf überstrecken. Und belegt zur Matte. Und ihr dürft lösen. Nochmal die Stirn ablegen. Beim nächsten Mal möchten wir die Hände auf Füllkreuzbein, Po verschränken. Wir legen die Finger und es geht los. Ausatmen, Körperspannung einatmen. Hebt euch hier die Finger langziehen. Bringt jetzt die Hände zusammen. Und im Brustkorb schön öffnen. Die Beine abgehoben. Die Beine nicht auseinander spreizen lassen. Haltet hier auch die Spannung in den Beinen. Und haltet. Der ganze Körper ist schön unter Spannung lösen. Einatmen, ablegen. Und wieder entspannen. Legt mal das rechte Ohr ab auf die Matte. Die Arme seitlich legen. Verschnaufen. Hört das Gras wachsen. Linke Ohr jetzt zur Matte ablegen. Macht es schön achtsam. Für euren Hals. Schön vorsichtig. Keine ruckartigen Bewegungen. Genießt es gerade mal hier einfach nur so da zu liegen. Und die Nasenspitze geht nochmal über die Matte zur anderen Seite. Nachfolgend wollen wir nochmal ein bisschen in den Faschen-Stretch kommen. Und die Hüfte wird hier geöffnet. Linke Knie zieht nach oben. Richtung linke Arm. Jetzt kommt der rechte Arm. Hier zieht die Hand durch die linke Armachse. Und der linke Arm zieht nach hinten. Fallen lassen. Handfläche zeigt nach oben. Sehr schöne Öffnung. Und jetzt versucht die linke Hand den rechten Fuß zu greifen. Den vielleicht zum Boden zu bringen. linken Bein ist vorne abgelegt. Habt ihr hier so eine schöne Gegenwirkung. Das erzeugt eine Stimulierung in das Akralgelenk. Und vielleicht tut es euch auch im unteren Rücken gut. Geht nicht in einen Schmerz hinein, sondern es sollte eine wohltuende Übung sein. Jetzt lösen nochmal die Hand einfach nach hinten. Seitlich strecken. Kommt über die Seite. Bauchlage zurück. Ausgangstellung. Und jetzt zur anderen Seite. Der rechte Knie zieht hoch. Hier erfolgt eine Hüftöffnung. Und linke Hand zieht durch die rechte Armachse. Und jetzt hier rechte Arm strecken zur Seite. Handfläche zeigt zur Decke. Jetzt könnt ihr es besser sehen, wie die rechte Hand hier den linken Fuß greifen kann. Ja. Und hier die Gegenwirkung erzeugt. Fühlt euch vielleicht leicht verknotet. Wenn ihr hier den Fuß nicht greifen könnt, dann bleibt in der Haltung, die ihr zuvor eingenommen habt. Oder wie jetzt, wenn ihr den Fuß dann nochmal löst. Und die Hand hier einfach nochmal baumeln lasst. Ablegen könnt vielleicht. Geöffnet im Brustkorbbereich. Schultergürtel. Eine schöne Verbringung. Über die Seite wieder zurück. Und nochmal die Stirn auf den Handrücken ablegen. Jetzt nur das linke Knie nach oben bringen. Wir erzeugen eine Hüftöffnung. Und jetzt drückt nochmal verstärkt mit dem Schambein zur Matte. Ausatmend. Und nochmal nachdrücken. Arme weit geöffnet, abgelegt. Guckt, dass ihr angenehm liegen könnt und hier diese Hüftöffnung spürt. Auf der linken Seite. Nochmal nachdrücken. Ja, unser Schambein spürt man schön auf der Matte. Und jetzt spürt ihr auch eure Hüfte. Diese Dehnung. Ja, wir wechseln jetzt auch die Seite. Links. Habt ihr jetzt gedehnt. Jetzt das rechte Bein, rechte Knie. Und das gleiche auf der anderen Seite. Genau. Genießt diese Hüftöffnung. Bewegliche, geöffnete Hüften sind auch gut für die Rückengesundheit. Besonders wichtig. Deswegen machen wir das hier auch. Also vieles ist für einen gesunden Rücken von Bedeutung. Deswegen gelten auch Bauchmuskelübungen und Beckenboden und Hüftübungen mit dazu. Das ist der ganzheitliche Ansatz. Nicht nur den Rücken kräftigen. Alles muss im Gleichgewicht sein. Und bewegliche Hüften sind auch für einen lebendigen, kraftvollen, gesunden Beckenboden von Bedeutung. So, das haben wir jetzt getan. Jetzt nochmal beide Knie hochkommen. Kommt hier mal in die Froschposition. Also beide Knie hier heranziehen und die Hüfte ist geöffnet. Der Popo will jetzt zurück. Die Hände wollen aber vorne bleiben. Spürt ihr hier die Hüftöffnung auf beiden Seiten? Ihr könnt gerne nochmal korrigieren. Schaut wie ihr sitzen könnt. Genau die Finger aufstellen. Einfach hier in diese Hüftöffnung kommen. Und Scheitel zieht nach vorne. Die Stirn möchte vielleicht zum Mathe. Langer Rücken. Hände schön weg von euch. Finger liegen auf. Auch schöne Spannung hier. Und jetzt habt ihr euch die Position des Kindes verdient. Rollt euch zu einem kleinen Päckchen zusammen. Die Hände können seitlich liegen bei den Füßen. Rollt euch ein. Ein, die Nase möchte vielleicht zwischen die Knie kommen. Entspannt euch hier. Genießt es. Ach ja. Einatmen, ausatmen. Jetzt müsst ihr aber hier nichts anspannen, sondern loslassen. So, zurück auf unseren Sitzbein-Höckern. Ja, also wenn euch das Video gefallen hat. Vielleicht habt ihr euch gut dabei gefühlt. Konntet ein bisschen nachspüren auch. Und mal so ein bisschen in sich hineinfühlen. Das machen wir eigentlich auch viel zu selten. Euer Rücken ist gestärkt. Und ihr habt jetzt ein gutes Körpergefühl. Und ich freue mich natürlich über einen Daumen nach oben. Schreibt mir in die Kommentare, was euch auf den Herzen liegt. Und wir sehen uns hoffentlich bald wieder hier auf diesem Kanal. Bis dahin. Bis dahin.